Was macht eine Gründung mutig? Gründung und Mut, da haben wir übrigens, das verlinke ich auch gleich mal in den Kommentaren, einen Online-Kurs zum Thema Mut, den wir aktuell kostenlos verteilen, fast eine Dreiviertelstunde, unter anderem mit einem kleinen Video vom Bestsellerautor Martin Limbeck dabei. Also lohnt sich, spannend und gerade einfach so für Umme für euch. Da erkläre ich noch mal ein bisschen mehr, was ist denn eigentlich Mut? Jetzt kann man sich die Frage stellen, was ist eigentlich ein Unternehmer und inwiefern ist der mutig? Und es gibt eine schöne Definition eines Unternehmers. Die heißt nämlich, der Unternehmer ist vor allen Dingen der Träger des sozialen Risikos. Was heißt denn soziales Risiko? Soziales Risiko heißt, dass der Unternehmer mit seiner Idee jetzt unterwegs ist und sagt, ich glaube daran, dass folgende Idee trägt. Man sagt zum Beispiel, ich glaube daran, dass Sonnenbrillen für Hunde die geilste Idee ist überhaupt und dass das ein Millionenunternehmen werden kann. Und dann fängt das soziale Risiko an. Dann erzählt er das nämlich Tante Käthe und Tante Käthe denkt sich, ja guck mal, jetzt hat er einen Vollschuss, jetzt ist er komplett bekloppt, der Idiot. Und so fängt jetzt die soziale Bewertung an. Und der Unternehmer setzt sich jetzt systematisch genau einer sozialen Bewertung von seinem sozialen Umfeld aus. Das soziale Umfeld erklärt dem Unternehmer jetzt regelmäßig an verschiedenen Stellen, warum er ein Idiot ist und seine Idee scheiße ist. Und der Unternehmer ist jetzt der, der sagt, es ist mir doch egal, wie ihr das sozial seht. Ich glaube daran und ich trage dieses Risiko, auch falsch liegen zu können. Und ich mache euch glauben, dass es funktioniert, indem ich es funktionieren mache. Und jetzt geht der Unternehmer los und überzeugt von den abstrusesten Ideen, die Kunden und er lässt sie kaufen und macht ein erfolgreiches Unternehmen. Im Beispiel der Brillen für die Hunde heißt das Unternehmen Doggles. Das könnt ihr googeln und die machen übrigens Millionen Umsätze. Also das Beispiel war nicht so sehr aus der Luft gegriffen. Ihr seht daran, der Unternehmer trägt vor allen Dingen das soziale Risiko. Manchmal tritt er natürlich auch als Investor auf, in dem Sinne, dass der Unternehmer, der mit seiner Unternehmung scheitert, ob er es absichtlich macht, also verantworten kann oder aus Versehen. Er haftet in der Regel mit Haus und Hund und ist alles weg. Wahrscheinlich das Haus, der Hund vielleicht nicht. Aber vielleicht ist auch die Frau weg und mit der Frau der Hund. Also der Unternehmer riskiert im Zweifel auch mal alles. Und zwar müssen wir uns übrigens auch als Gesellschaft mal die Frage stellen. Wie gehen wir mit den Menschen um, die privat alles riskieren, damit sie nachher natürlich auch ein gutes Geld verdienen, aber vor allen Dingen Milliarden Euro Steuergelder reinspülen. Also da gibt es jetzt gerade in dieser Krise, gibt es Unternehmer, ich kenne einen aus der Reisebranche, der hat Millionen Euro Steuern bezahlt in seiner unternehmerischen Karriere. Der hat hunderte Unternehmer in Lohn und Brot gebracht. Der steht jetzt wegen Corona, weil dieses Jahr alle Buchungen rausgefallen sind und auch im nächsten Jahr nichts Neues reinkommt, ist er in der Insolvenz. Haftet für so hohe Beträge bei Banken und Co., dass er sagt, ich kann gleich Privatinsolvenz anmelden. Das heißt, der ist erstmal im Sinne der Privatinsolvenz ruiniert. Und da müssen wir uns als Gesellschaft ehrlich noch die Frage stellen, wie gehen wir denn mit den Unternehmern um, die dafür sorgen, dass Leute Arbeitsplätze haben oder Steuergelder reinkommen. Und wenn sie gewinnen, dann haben sie natürlich auch was Positives. Aber vor allen Dingen, wenn sie verlieren, ruinieren wir sie bis zum letzten Hemd. Ob das ein gutes Gleichgewicht ist, ich bin mir nicht so sicher. Also mutig ist Unternehmertum deswegen, weil man soziales Risiko eingeht und natürlich auch ein finanzielles Risiko. Ganz zu schweigen übrigens von den ganzen Haftungsmöglichkeiten, die dich als Unternehmer auch noch gut in den Knast bringen können. Das darf man nicht vergessen.